Ja, Hallihallo, hier ist Christian Mischemeyer, Paartherapeut, Beziehungscoach, Persönlichkeitsentwicklungscoach, Psychologe und so weiter. Diesmal Video-Blog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe und auch Persönlichkeitsentwicklung. Ja, heute haben wir das schöne Thema Verbraucherbeziehung. Was meint das? Erstmal wollte ich nochmal sagen, es kommt ja bald der Black Friday. Für meine Newset-Abonnenten ist der schon da, aber auch auf YouTube wird er hier bald kommen. Schaut mal, was da so kommt. Ist dies ja vielleicht besonders empfehlenswert, dazu zu schlagen, weil wir werden zu 2021 wahrscheinlich deutlich die Preise erhöhen. Hat verschiedene Gründe, hängt auch damit zusammen mit der Aufmerksamkeit, die ich dann zwischenkriege. Das hat, ja, erzähle ich vielleicht mal in Ruhe. Aber gut, letzten Endes haben wir uns jetzt entschieden, das zu machen und vielleicht besonders gut, die Black Friday noch zu nutzen jetzt. Sag ich mal so. Genau. Verbraucherbeziehung, was heißt das? Ja, ich denke, dass wir viele Beziehungen haben, die eigentlich nur Austauschgeschäft sind und eben nicht auf Liebe beruhen. Jetzt muss man aber gnädig damit sein. Wir sind, glaube ich, im Kollektiv, aber noch nicht so weit. Das ist auch Stichwort 5D-Beziehungen. Also, ja. Also das andere wären halt diese 5D-Beziehungen, die eben auf unbedingter Liebe und Selbstliebe basieren, sind wir noch nicht. Aber trotzdem wollte ich auch mal sagen, das ist ja auch ein Übergang. Eben viele Beziehungen, Beziehungen halt stark basieren auf einem Austauschgeschäft und insbesondere toxische Beziehung, wo dann eben nicht Liebe herrscht, sondern wo halt, ja, also der Plus wohl irgendwie den Zugang zur eigenen Liebe nicht findet und sucht den im Außen, wo auch immer, wo er irgendwie nicht zu finden ist, weil je mehr man sozusagen im Mangel ist und so needy ist, umso mehr zieht man halt andere Leute an, die auch im Mangel sind, nur eben in einem anderen Pol sozusagen, im Minuspol dann in der Regel. Und wie wir jetzt am letzten Video, was ich gestern auch geladen habe, ja auch sehen konnte, mal aus Sicht eines Minuspols, dass die auch total in senid sind, nur dass sich das eben anders äußert, als Sachen parallel laufen lassen, ja, zwischen Verlustangst- und Bindungsangst wechseln, ja, ein Problem mal mit Empathie vielleicht manchmal, sich nicht hundertprozentig hereinversetzen können in den anderen, weil man sich halt auch in sich selber nicht hundertprozentig hereinversetzen kann und so weiter. Wie gesagt, das ist alles, das kann man jetzt nicht von heute auf morgen abstellen, das ist ein Prozess. Ich wollte einfach nochmal darauf aufmerksam machen, dass eben, ja, dass das eben eigentlich mit Liebe manchmal nicht viel zu tun hat und Minuspol natürlich auch nicht, ne, wenn ich da jemanden manipuliere und ein X für ein Ufo mache und Gas leite und benutze und also nur, dass ich meine Aufmerksamkeit bekomme und ich meine Ziele erreiche und mir ist dann in dem Moment, gucke ich jetzt nicht so, wie es dem damit geht, ja, hat auch nicht so viel mit Liebe zu tun. Jetzt kann man vielleicht denken, im Pluspol, das hat ja mit Liebe zu tun, nur, also Liebe macht nur Sinn, wenn sie wirklich sozusagen auf allen Ebenen gilt und der Pluspol hat eben ein Riesenproblem mit Selbstliebe, was dann diese Beziehung für den halt total toxisch macht, weil der ist eben nicht aus sich. Also wenn man voller Selbstliebe ist, kann einem eigentlich nicht viel passieren, dann kommt man halt irgendwas rein und wird mal belogen und sagt man, ja, hab ich keinen Bock drauf, kriege ich halt wieder raus, was soll ich, da kann eigentlich nicht viel passieren, es braucht wirklich diesen Mangel an Selbstliebe oder sagen wir mal eigenen Zugang zu der Liebe in sich selber. Ich meine, wir sind ja aus Liebe gebastelt letztlich, aber das wahrzunehmen, diesen Strom in sich selber zu finden, was uns allen schwerfällt, wie gesagt, das ist jetzt überhaupt eher so ein Blick in die Zukunft vielleicht. Aber ja, also wenn man den nicht hat, dann ist man eben Gefahr an allen möglichen Sachen hängen zu bleiben und ob es den Pluspol immer, also klar, die fühlen ganz viel dieses, ich liebe den ja so doll, aber ist dann manchmal irritierend, auch für den Pluspol, hast du vielleicht auch schon erlebt, wenn das dann nicht aufgearbeitet ist und die bekommen plötzlich jemanden, der sie wirklich liebt, dann können die häufig mit dem gar nichts anfangen, so, weil einfach dieses Muster nicht bedient wird, dieses ich muss hinterherlaufen, hinterherrennen, das ist manchmal so irritierend, dass die dann sagen, ich suche die Liebe, ich suche die Liebe und dann kommt vielleicht jemand, der liebt sie und der ist dann zu langweilig. Und also insofern, ja, ist es, ja, ein schönes Wort, finde ich, Verbraucherbeziehung, ja, ist nicht auf meinem Mist gewachsen, aber ich habe es gehört und ich finde es super, trifft es eigentlich genau, was ich meine, wo eben nicht was Neues generiert wird, sondern man, ja, man verbraucht sich halt und braucht und benutzt den anderen, um sich nicht mit seinen eigenen Wunden beschäftigen zu müssen. Wie gesagt, das ist jetzt überhaupt nicht irgendwie mit erhobenen Zeigefinger gemeint, weil man weiß es oft einfach nicht besser und mal ganz ehrlich, wir haben hunderte, tausende Jahre in diesen Beziehungen gelebt, nur man muss ganz klar sagen, die Zeit ist, es wird immer weniger gehen, die zu leben, weil Leute immer mehr aufwachen und immer mehr sagen, ich habe da keinen Bock drauf, und auch man immer mehr, also je höher man selber schwenkt, umso weniger kann man das einfach ertragen, diese Beziehung zu führen, man erträgt es einfach nicht mehr. Und insofern denke ich, ist das am Auslaufen, in welchen Zeitraum es am Auslaufen ist, ob das jetzt, ich weiß es nicht, ob wir das noch erleben, ich hoffe es, aber zumindest kannst du für dich selber, also du kannst jederzeit in deine eigene Blase gehen und für dich selber, das ist ja meine Arbeit in meinen Kursen, also mach meine Kurse, wir unterstützen dich dabei, in deine eigene Blase gehen und deine Schwingung erhöhen halt so, und damit dann auch nach und nach bessere Beziehungen, nicht über Nacht, natürlich, es bleibt Arbeit, es gibt keine magische Pille, es gibt nur Wegweiser, wo ich hoffe, dass ich dazu beitragen kann. Aber letztlich spüren wir alle schon, dass die Zeit geht einmal vorbei, auch von diesen ganzen Machtspielchen und Spielchen hier und Spielchen da, und klar, man sagt es dann immer so, es gibt Leute, die genießen das vielleicht, dass sie solche Machtspielchen spielen, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, ob sie das wirklich genießen, also ist vielleicht auch Schmerz generiert und ja, keine Ahnung. Ja, wie auch immer, genau, glaube ich, alles gesagt und wir werden uns mal wiedersehen. Ja, wie auch immer, glaube ich.